das ganze das bestellwesen und so das habe ich ja auch auf dem web warum brauche ich dann noch ein tablet ich würde eigentlich sagen tablet publishing oder digital magazine ist auch web weil ich hole ja den inhalt aus dem web es ist einfach nicht mehr www also nicht mehr das was ich im browser habe und das ist ein trend allgemein dass man immer mehr funktionen aus dem browser rausholt in sogenannte apps das sind ganz kleine programme und die tun genau das was ich will als user also ich werde nicht überfahren mit unendlich grossen websites mit werbung und so sondern ich starte meine app und ich will das was diese app bietet jetzt konsumieren und das ist bei digitalen magazinen eben in form einer app ein riesen vorteil gegenüber dem browser wo der konsument 100 mal abgelenkt wird ein klick und dann ist er im nächsten magazin beim konkurrenten und so das passiert beim lokal installierten app so nicht es gibt sogar studien die besagen dass die apps durchschnittlich 35 minuten am stück konsumiert werden und die gleiche webseite mit dem gleichen inhalt fünf minuten ich glaube das sagt genug dann das alte oder das alte lied welche anforderungen hat man das heutige personal ich denke dass man unterteilen muss in in mehreren kategorien da ist mal sicher die frage wer liefert den film bis jetzt gibt es nicht unbedingt videojournalisten ich persönlich bin ganz klar der meinung dass die videos die die interaktiven magazine haben die kommen von fotografen also der fotograf wird mittelfristig bild und video liefern es kann sich niemand leisten video spezialist und bild spezialist auf die piste zu schicken das zeigen ja auch die neuesten entwicklungen in der hardware bei der fotografie das eignet sich durchaus als videojournalismus ich meine da nicht fernsehqualität sondern eben qualität wie es da reicht dann gibt es natürlich die techniker die sie jetzt auch gibt diese techniker müssen schauen wie bringe ich den workflow fürs digitale magazin in den bestehenden print workflow rein damit da nicht super viel mehr aufwand geschieht im ablauf und dann gibt es natürlich die layouter das sind die die heute in in design arbeiten und das tolle ist die arbeiten ja weiter in indesign die lösung die es heute gibt für tablet für digitale magazine die basieren auf indesign das heisst die können ihre bestehenden werkzeuge erweitern ihr know how ausbauen und dann mit den gleichen werkzeugen weiterarbeiten da finde ich vor allem wichtig dass sich diese layouter jetzt etwas öffnen richtung richtung rgb richtung pixel als mass system richtung guis grafische interfaces erstellen und dann natürlich die strategen sagte mal die geschäftsleitung die muss schnallen um was es überhaupt geht will ich diese app verkaufen will ich sie kombiniert mit einem print abo verkaufen will ich sie kombiniert mit einem endgerät verkaufen also schenke ich dir ein ipad wenn du mein vielen dank wenn du mein magazin zwei jahre abonnierst oder will ich eine reine digitale ausgabe machen die auch kostet das sind überlegungen wo man jetzt die weichen stellen muss und ich empfehle ganz klar nicht diese gratis kostenlos strategie zu verfolgen wie sie im web leider gemacht wird gut dann du hast ja schon erfahrungen mit diesen ipad produktionen wie sehen die genau aus im moment ist es natürlich alles ziemlich pionierarbeit weil die werkzeuge die sind im moment noch aufwendig und mühsam aber es ist lustig weil ja nochmals wir sind halt jetzt im moment bei dieser geräte generation und auch von der software her sind wir noch nicht weiter in dem bereich aber was ich feststelle es kommt sehr rasch eine riesen freude auf bei den leuten die das produzieren weil die leute sehen direkt was sie machen sie erstellen layout sehen es wie es läuft auf dem ipad zwei minuten später gedruckten magazin sehen sie vielleicht eine woche ein monat später oder unter umständen gar nicht also sie sehen am abend was habe ich gemacht und sie merken es ist gar nicht so schwierig und zum schluss hast du noch ein paar tipps für einsteiger ja genau ich möchte es auch unterteilen in zwei kategorien das sind die strategen und die anwender die strategen müssen sich jetzt wirklich gedanken machen will ich in diesen markt einsteigen das gibt einen markt da kann man geld verdienen wenn ja wie und die anwender die das dann umsetzen die müssen sich jetzt schleunigst befassen neben mit rgb mit pixel ich würde sagen einfach in design cs5 die interaktiven funktionen vor und rückwärts auswendig lernen dann klappt es bestimmt mit dem einstieg okay jetzt noch eine frage auf die du dich nicht vorbereiten konntest wie sieht es aus in nächster zeit ist der swiss publishing wie kann ich mich dort auch über solche sachen informieren ja natürlich das ist montag ist indesign tag da geht es sehr viel um tablets und indesign nach tablets und dann natürlich der donnerstag das strategie tag da geht es vor allem dann auch darum wie wie kann man das ganze in ein geschäftsmodell verpacken damit das nicht nur cool ist sondern auch noch stütz geld abwirft das ist ja wirklich vielen dank für das interview und ich gebe zurück ins studio